Als Chiari Mundi in Star Wars Episode 3 während der Order 66 von den Galactic Marines getötet wurde, nahm seine Geschichte ein tragisches Ende. Was viele allerdings nicht wissen, die Geschichte seines Lichtschwertes fand dort erst ihren Anfang. In diesem Video werdet ihr deswegen erfahren, was mit Chiari Mundis Lichtschwert nach der Order 66 geschah. Zuvor möchte ich mich allerdings noch bei Repex bedanken, der mir einen neuen Kanalballer erstellt hat. Dieser ist, wie ihr wohl seht, ganz klar an das Logo von dem Videospiel Jedi Fallen Order angesiedelt. Einen Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr natürlich in der Infokarte. In der zweiten Issue der kanonischen Comic-Reihe Star Wars Galaxy's Edge sehen wir zu Beginn den kopfgeltiger Greedo und wir erfahren, dass das Lichtschwert Mundis zu Beginn in die Hände von Greedo und Jabba dem Hutten fiel. Dazu aber später mehr. Gleich darauf entspringt der Comic viele Jahrzehnte vor und zwar in der Zeit, in der die erste Ordnung Angst und Schrecken über die Galaxis verbreitete. Dabei sehen wir, dass Dark Onda auf dem Outer Rim-Planeten Batuu einem Sergeant der ersten Ordnung das Lichtschwert von Chiari Mundi zeigt. Gleich danach springt der Comic wieder viele Jahrzehnte in die Vergangenheit, wo wir sehen, wie der Vizepräsident des Bankenclans, dem Codebreaker Given, das Lichtschwert von Chiari Mundi auf dem Planeten Maegito überreichen will. Im Gegenzug sollte Given einige Informationen über den Huttenclan preisgeben. Als die beiden ihren Deal abschlossen, feuerte jemand durch das Fenster, woraufhin der Vizepräsident augenblicklich starb. Bei der Person handelt es sich um niemand Geringeres als Greedo, der Feature bei dem Codebreaker Given entführen sollte. Greedo erfuhr von Given auch, dass es sich bei dem Lichtschwert um das von Chiari Mundi handelte und nahm deswegen dieses auch mit. Während der Mission musste Greedo allerdings Given opfern, um zu entkommen. In Jabas Palast angekommen, wollte Jabba Greedo an einen Rancor verfüttern, weil er seine Mission nicht erfüllen konnte. Einzig und allein das Lichtschwert von Chiari Mundi konnte ihm das Leben retten, weil es Dark Onda, der ebenfalls anwesend war, für einen unglaublich hohen Preis abkaufte. Danach springt der Comic wieder einige Jahrzehnte vorwärts, wo wir sehen, wie Dark Onda das Lichtschwert an die Erste Ordnung verkaufte und somit die Geschichte von Chiari Mundis Lichtschwert endete. Aber das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn ihr euch jetzt noch 14 Minuten Gameplay-Material von Jedi Fallen Order ansehen wollt, dann könnt ihr hier links klicken. Oder wenn ihr erfahren wollt, warum Palpatine nach Mace Windu's Tod verängstigt war, dann könnt ihr natürlich auch hier rechts klicken. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017